Was bisher geschah. Erst mal ein bisschen essen hier. Mh, ein bisschen. Oh, der hat sich jetzt selber gegrillt. Ja, du bist ganz stark. Oh, verdammt. Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Nee. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Freitagmittag. Schön, dass ihr schon eingeschaltet habt und dabei seid. Mein Name ist Alina und ich bin Community-Managerin hier bei Bethesda Deutschland. Und ja, wir spielen jetzt ein bisschen Wolfenstein New Order weiter. Ich gehe mal direkt ins Spiel rein. Geht es euch denn allen gut im Chat? Ich habe gesehen, ihr habt schon ein bisschen geschrieben. Genau, ich entkomme gerade mit dem lieben Fergus. Oh, oh. Böser, du. Oh Gott, ich muss mich gerade erst mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist immer so fies, wenn man zwischendurch andere Shooter spielt und alles da anders funktioniert. Ach, da oben. Ja, komm doch mal her. Wo ist noch einer? Oh. Ja, moin, Leute. Wie hat das hier vorbeiguckt? Naja, ich komme ja schon und rette dich, Fergus. Ah, ich kann mich auch lehnen. Oh, das war schlecht. Okay. Okay. Ja, wir müssen erst mal ein bisschen wieder reinkommen. Ich schieße ihn ein bisschen in den Fuß. Okay, also wenn ich ziele, kann ich nur ganz schwer... Ich komme mal hoch. Treffe ich besser. Genug jetzt. Ja, ja, ich komme sofort. Ich esse erst mal ein bisschen Hundefutter. Wenn man hier die letzte Zigarette... Wenn man ihnen die letzte Zigarette ermieten, sind sie auf der falschen Seite. Okay. Was ist denn hier? Warum gehen wir nicht hier lang? Der Weg hier sieht ein bisschen chilliger aus. Oh, doch nicht. Okay, okay, ich komme, Fergus. Bitte werd nicht böse. Naja, ich bin ja schon da. Gott, hier ist schon so stressig Musik. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, Hundefutter. Ich liebe Hundefutter. Hallo? Hallo? Steck dich doch nicht so. Oh! Ist ja noch einer. Kann der Fergus eigentlich auch mal was machen? In die Füße, in die... Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Scheiße. Hier ist auch nichts, wo man wegwohnen suchen kann. Ah, ne, das ist Fergus. Oh. Biu, 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 biu. Granaten, viel Heilung und Schutz. Uh, hier ist überhaupt sehr viel Zeug. Uh. Wer, was, wo? Wer schießt denn da? Wo kommst denn du her? Ja, da ist das Köpfchen weg. Tut mir sehr leid. Ist das die neue Bruderschafts-Quest? Nein. Wir spielen doch Wolfenstein. Oh, habt ihr übrigens gesehen? Ich hab mich extra für euch auch passend angezogen mit einem Wolfenstein-T-Shirt. Ich find's süß, wie er immer seine Schrotflinte streichelt. Warum macht er das? Gut gemacht, Schrotflinte. Gut gemacht. Fein hast du Nazis erschossen. Dieser entspannte Gesichtsausdruck. Echt? Darf ich einen entspannten Gesichtsausdruck? Nee, ich bin eigentlich... Jetzt grad ist die Musik wieder, äh... Nicht so stressig. Dann stresst mich das auch nicht so. Das ist meine Mama. Käpt'n Mama. Ja, sehr entspannt bin ich. Okay. Oh, shit. Ich fahr jetzt... Ich geb einfach Vollgas. Wuhu. Oh, hallo, Anja. Oh, hallo, Anja. Higgs. Ich hoffe, sie wissen, wie man hier rauskommt. Halten Sie. Aufgepasst. Unser Plan hat zwei Teile. Zuerst müssen wir den toten Winkel erreichen. Sind Sie soweit? Jetzt, los, los, los! Wann hat er sich denn diesen Plan ausgedacht? Oh je! Hm. Ja! Ganz langsam. Ganz locker, Captain. Das ist Klaus, ist auf unserer Seite. Gehört mal zum Regime, aber jetzt nicht mehr. Carolina. Mit in der Alp-Pom-Wohnung sozusagen. Drei Wirbel pulverisieren. Schädeltrauma. Zehn Zentimeter langes Schapnellen. Ist noch immer dran. Darm durchtrennt. Septischer Schock. Zertrümmer. Was ist das jetzt hier ein... Wer hat mehr durchgemacht, Battle? Na, guck mal, da ist die liebe Frau Engel, die kennen wir doch schon. Aber, also, so ein bisschen hübsch haben die sich das schon hier gemacht mit den ganzen Bildern an der Wand. Oh! Das ist ja cute. Die Käfer, das blaue U-Boot. Mond, Mond, ja, ja, ja. Oh, das ist ein Waschbärmagazin. Das ist ja cute. Und warum ist hier so ein Spielzeug? Was macht das in Carolines Zimmer? Warum ist hier ein Spielzeugtelefon? So, dann guck ich mal in seinem Zimmerchen. Da ist er doch bestimmt. Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projektflüster tun? Ich finde eine Brechstange. Ist das keine Brechstange? Oh, da ist eine. Ha. Oh, das ist voll der nette Klaus. Oh, ich liebe London. So schön. Aber das besetzte London gefällt mir nicht so gut. Was? The fuck? Oh Gott. Eine sehr entgegengekommende Statue, ja. Hätte ich auch drauf verzichten können. Nein. 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 Es ist leer. Scheiße. Ach, es leert sich auch selber auf. Okay. Gut. Na komm. Das kleine Stückchen hier noch. Wow. Oh mein Gott. Die sind aber auch nicht so die klugsten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, da hab ich mich erschrocken. Oh. Jesus. Pststst. Ganz langsam. Oh Gott, wie mach ich noch mal ein Stealthkill? Oh nein. Ah, schleichend weg. Ja, ich liebe Schleichen. Das ist mein Ding. Auf zum Mondkuppel! Oh, what? Hier ist aber groß. Oh, shit. Ich muss mal ganz kurz gucken, auf welcher Schwierig... Ich hab's nicht auf der leichtesten. Ich bin gerade selber überrascht von mir. Das war überraschend einfach. Hm! Skills, Leute, Skills. Oh, boah. Oh, nein. Oh, shit. Ich hab nichts gesagt! Ich glaub, der war einfach nur schon voll kaputt. Ich wusste das. Jedes Mal, wenn ich versuche, in diesem Spiel zu trinken, schießt auf einmal jemand auf mich. Oh, Gott, ich brauch erst mal irgendeinen guten Platz. Was? Oh, Gott. Oh, ich hasse die Drohnen. Oh, wie schön das hier aber ist. Habt ihr das gesehen? Hier ist ein Mond um. Ah, gut, dass ich den eben nicht gefunden hab, diesen Ort hier mit der hundertmillionenfachen Munition. Oh, nein! Nein! Los, 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 los! Ich geh hinter das nächste Schild. Ich geh jetzt einfach von einem Schild zum nächsten. Ja, hochlaufen ist schlecht. Das hilft enorm. Nicht so wie ich immer panisch, nur Alarm! Oh, 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 oh! Oh nein, mein Controller ist... Moment, ich muss mal ganz kurz meinen Controller wechseln. Der hier ist leer. Nahkampf-Infile auf mein Scharfschützengewehr zu wechseln, weil ich für nichts anderes mehr Munition habe. Ich könnte auch Granaten nehmen, aber dann schieße ich mich eh nur selbst in die Luft. Das kennen wir ja schon. Ohne Scheiß, ich laufe immer in diese Explosion von diesen Dingern rein. Was meinte die eben? Also irgendwo an der Außenwand hier oben ist eine Tür. Bitte überlebt das. Nein, 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 nein! Das war voll elegant. So richtig überall einmal vorbeigesprungen. Ich sehe doch hier ein Ärmchen. Ah, weg ist er. Was ist denn hier los? Ich sperre. Neues Klemmbaustein-Set bauen. Oh. Ich darf niemals trinken. Bitte erinnert mich daran. Trinken verboten anstatt stay hydrated. Ja, das brauche ich echt. Muss ich nicht. Tschüss. Ja, die sind selber schuld, wenn die da so laut drüber reden, dass ja Sicherheitsbremsen da sind. Was ist denn das für alter Krempel hier? Wenn ich jetzt am Wochenende Lust auf Wolfenstein habe, was empfiehlt ihr denn für einen Teil? Also ich spiele hier ja gerade Wolfenstein in the New Order. Das ist praktisch der erste Teil. Den kann ich dir auch sehr empfehlen. Der ist wirklich sehr schön. Ähm, genau. Dann The New Colossus ist die Fortsetzung davon. Der ist auch cool. Aber wie gesagt, der, so ein, also man kann ihn spielen, ohne den, ähm, hier New Order gespielt zu haben. Aber ich würde dir empfehlen, erstmal New Order zu spielen. Young Blood, ähm, Wolfenstein Young Blood ist auch cool. Das ist ein Koop-Shooter. Ähm, kannst du dir auch mal auf unserem Kanal angucken, den, äh, spielt der Kai im Moment freitags? Also ich glaube, letzte Woche Freitag hat er auch gezockt. Das könnte unterhaltsam sein. Aber ich mag's, wenn ich an mein Keyboard rankomme. Ah, verdammt. Da kannst du auch mal reingucken, vielleicht, ob das was mehr für dich ist. Spiel dir eine Story, ähm, ich weiß gar nicht wie, ich glaube knapp 20 Jahre nach, ähm, nach diesen Wolfenstein-Titeln hier. Ähm, genau, und da sind die ProtagonistInnen die Töchter von BJ Blazkowicz. Naja, ich kann so schöne Kreise machen, das ist der Wahnsinn. Ein perfekter Kreis. Ja. Wieso flüstert die Frau denn die ganze Zeit so? Wo ist denn das Gegengewicht hier? Ist das hier das Gegengewicht? Achso, oh, ich hätte hier auch einen. Ja, hier ist ja ein Leider. Tschüssikowski, meine Freunde. Luxuriöses Saufen. Ja. Das ist dem goldenen Flachmann. Trinkt man nur goldenen Wodka. Okay, Leute. Oh Gott. Ja, das hier, das hier sieht nach Action aus. Ich würde sagen, ähm, ja, wir spielen erst mal an dieser Stelle weiter. Ihr, ihr seht schon, das wird hier viel, äh, Tod und Verderben geben. Dann wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns Dienstag wieder. Da spielt der Kai ab 19 Uhr Elder Scrolls Online. Und ich wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende. Bis dann. So, jetzt muss ich nur meine Maus filmen. Ah ja, sie geht. Okay, so. Ich bin weg. Ciao. F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Untertitelung des ZDF, 2020